IN JENER NACHT Endlich frei! Ein Song von unserem neuen Album, IN JENER NACHT. Das war, glaube ich, meine allerersten Nummern, die wir für das Album gemacht haben. Die sind sogar auf der Tour entstanden noch, die wir im Februar gemacht haben. Ich glaube, vor der Tour, oder? Noch schon vor der Tour? Weißt du, dass du das auf der Gitarre noch mal vorgespielt hast? Genau, auf Tour habe ich es euch mal vorgestellt. Ja wirklich? Das weiß ich noch. Und du warst sehr begeistert. Es ist auch jetzt noch mein Lieblingssong von der ganzen Platte. Das muss man sagen. Ich finde den echt am geilsten. Also ich finde alle sehr toll. So was handelt ihn heute? Der Song kommt ja auch daher, dass wir mit dir als neuem Mann dieses Jahr sehr viel erreicht haben. Du bist sehr warm. Einen neuen Musiker zu finden ist nicht immer einfach. Und deswegen sind wir umso froher, dass wir dann den Gustavo gefunden haben. Wir waren in neuer Stärke und haben uns gedacht, endlich frei, los geht's. So war das. Ja, das ist geil. Deswegen gefällt es ihm so. Wir brennen durch mit Gustavo. In jener Nacht.